Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Trauma-Abitur-Schnitt. Und damit du den erreichst, musst du natürlich auch die richtigen Materialien da haben. Und man kann ja so vieles einkaufen, ja man kann ja so vieles einkaufen und überall heißt, das brauchst du noch oder das ist jetzt neu und doppellagig, seitenladig, extra bunt, was weiß ich. Und gleich von vorne weg, wenn es um die Schulsachen zum Einkaufen geht und ihr wirklich auch gute Noten erzielen wollt, dann ist das allerwichtigste Fokus. Nicht nur Fokus beim Lernen, sondern auch Fokus bei den Sachen, die ihr einkauft. Das heißt, kauft wirklich nur die Dinge, die ihr braucht, weil alles andere verwirrt euch nicht. Und auch wenn es ganz tolle Glitzerstifte sind, dann sind das tolle Glitzerstifte, aber die werden euch nicht so bessere Noten verhelfen. Und deswegen gibt es jetzt wirklich nur die Liste an den Sachen, die du ganz entscheidend brauchst, damit du Topnoten in der Schule erzielen kannst. Und damit du wirklich verstehst, was ich mit dem Fokus meine, stell dir einfach mal vor, du sitzt in der Schule und hast nichts dabei. Du bist einfach da, der Lehrer erzählt was, du in deiner Bank und hast nichts dabei. Was bräuchtest du dann? Und da fällt das allererste natürlich immer auf, okay, wenn ihr was sagt, will ich davon vielleicht was mitbekommen und auch was behalten. Deswegen brauchst du irgendwas zum Aufschreiben. Als allerwichtigste Sache, einen sehr guten Kugelschreiber. Darauf würde ich auch beispielsweise gar nicht an Geld spannen, sondern kaufst euch wirklich einen guten Kugelschreiber, der vielleicht auch hier gepäuselt ist oder was dir einfach gut liegt. Das ist echt wertvoll, weil du schreibst wirklich die meiste Zeit mit diesem Kugelschreiber. Und sowas wie Füller und Killer, vergesst es, okay. Das ist echt out in der Oberstufe bei uns. Ich glaube, ich hatte es niemand genutzt und speziell bei den Killern sind die Lehrer in der Oberstufe überhaupt nicht happy damit. Deswegen, Kugelschreiber, wenn ihr was schreibt und euch verschreibt, dann könnt ihr es einfach klar durchstreichen und dann ist es so schön und ordentlich. Dann empfehle ich dir Buntstifte technisch, auf jeden Fall vier Buntstifte und zwar in den vier Hauptfarben, beispielsweise in Gelb, Grün, Rot und Blau. Das sollte reichen, wieder mehr nicht. Was bringt es dir, wenn du es noch in Orca, Türkis, Pink und was weiß ich hast? Nützt nichts außer zum dummen Rumzeichnen. Das heißt, vier Grundfarben reichen dir wirklich, um Überschriften schön darzustellen und so weiter. Dann, darüber hinaus, noch drei Textmarker. Ich weiß, drei Textmarker klingen für klaren Fokus von den Schulsachen und wenige Schulsachen relativ viel. Aber in der Oberstufe ist es so oft so, dass du beispielsweise komplexere Aufgabenstellungen hast und dann bei dem Text irgendwie, weiß ich, die Sachen beispielsweise in Englisch. Wenn ihr irgendwelche Personen analysieren sollt, dann sollt ihr beispielsweise erstens aufschreiben, was hat Lisa mit Tom gemeinsam, an welchen Stellen ändert Lisa ihre Meinung und an welchen Stellen erkennt man, dass Lisa eigentlich total schüchtern ist oder so. Und dann brauchst du wirklich viele Textmarker. Ihr könnt vielleicht von mir aus auch vier nehmen. Mehr würde ich nicht nehmen, weil das braucht ihr in den wenigsten Fällen. Aber drei Textmarker würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil die werdet ihr definitiv brauchen. Und dann gibt es natürlich speziell für Mathe noch vor allem den Bleistift, Spitzer, Radiergummi, Lineal, Zirkel, glaube ich, eher weniger. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, glaube ich, ein paar Stunden in Mathe den Zirkel gebraucht habe. Aber deswegen braucht ihr natürlich trotzdem, aber der hat nicht so eine hohe Priorität. Taschenrechner ist natürlich wichtig und genau, dann vielleicht auch eine Schere. Aber da wäre ich jetzt eher so der Typ, die mal schnell vom Nachbarn klaut. Und genau, ansonsten würde ich euch natürlich dann noch ein Federwäppchen empfehlen, weil wenn ihr alles nur rumtragt, ist das nicht so sinnvoll. Das ist alles ein Federwäppchen und seid stiftetechnisch bestens aufgestellt. Schreiben ist natürlich toll, aber dann ist natürlich auch die Frage, wenn ich meine Stifte habe, woraus soll ich denn schreiben? Deswegen kommen wir zur Unterlagenfrage. Und da ist natürlich als allererstes mal die Entscheidung zu machen, will ich einen Ordner oder nicht? Oberstufe ist ja oft sowas, wo man sagt, okay, jetzt bin ich in der Oberstufe, jetzt will ich so einen coolen Ordner. Und dann bin ich auch einer von den Älteren oder Professionelleren oder Bald Erwachsenen oder Bald Abiturienten. Und wenn du das deswegen unbedingt machen willst, dann mach es gleich. Ansonsten muss ich sagen, der Ordner ist schon ganz cool, hat aber auch extrem viele Nachteile. Was heißt extrem viele, aber auf jeden Fall schwer wegen der Nachteile. Du hast immer alles dabei, ist es echt mega schwer. Und der noch viel wichtigere Grund, der bei mir sehr oft der Fall war. Wenn du dann einen Ordner hast und da quasi bloß so Zwischenzettel hast, die quasi rot sind dann für Englisch oder blau für Mathe und so weiter. Und jetzt fang bitte keine Diskussion an, welche Farbe ist was in den Schulfächern gehört, weil rot ist Englisch und blau ist Mathe und da gibt es keine Diskussion. Dann und du dann da einfach nur lose Blockblätter, die du von einem Block, den du immer aufschreibst, da dazwischen packst, dann kann es sein, dass es pure Chaos wird. Du denkst dir jetzt so, hä warum, ich mach das so einfach und dann passt es doch, ist so ordentlich. Das Problem ist, oft ist es so, dass ein Lehrer mal überzieht, beispielsweise überzieht zwei, drei Minuten und dann musst du schnell in die andere Stunde, um da nicht zu spät zu kommen. Und dann ist es oft so, dass du bei dem Rausreißen und Einordnen das schnell weglässt und dann schnell in der anderen Stunde zu sein, dann vergisst du es in der anderen Stunde und das ist halt mega, 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 mega sinnlos, weil du dann die ganze Zeit eigentlich das, was ja die Ordnung bringen soll, verkackst gleich wieder. Deswegen würde ich dir das nicht empfehlen. Hefte hingegen sind natürlich schon cooler, das ist auch das System, was du ja gewohnt bist. Deswegen sind die mega, mega cool. Da ist es allerdings so, dass du halt nicht immer alles dabei hast und du musst dir jedes Mal auch wieder überlegen, hm, welche Hefte muss ich jetzt mitnehmen. Okay, deswegen würde ich euch die Kombination aus den beiden Sachen empfehlen. Das bedeutet, du nimmst einen Ordner mit Heften, weil bei den Heften, was da nämlich auch noch dazu kommt, ist, dass du so lose Zettel und du kriegst echt viele Zettel und Texte in der Oberstufe, wo packst du die rein? Klar, die kannst du ins Heft legen, du kannst die auch irgendwie, gibt es auch andere Einordnungssysteme, aber das ist meistens ein bisschen kompliziert. Deswegen würde ich dir empfehlen, du machst einen Ordner mit Heften, die du löchern kannst. Dann packst du die so rein, hat den genau den gleichen Effekt im Ordner dann, wie wenn du das mit dem Blockzettel machst. Nur ist es viel überständlicher, du musst nichts immer einheften und du hast garantiert auch immer alles dabei, weil du ja den Ordner dabei hast. Und dann kannst du sagen, ja, das ist immer so schwer. Ich denke, wenn du das gesund trägst, geht das vollkommen klar und auch darauf achtest, dass du es beispielsweise, wenn du eine Bushaltestelle stehst, einfach mal den Schulrucksack abstellst. Und vor allem, wenn es da wirklich extreme Tage gibt, wo mega viel ausfällt, dann kannst du einfach ja die Hefte rausnehmen und packst die einfach nur in andere Tasche und nimmst dann bloß zwei Hefte mit in die Schule, wo du es dann echt mega wenig tragen musst. Aber du bist gleichzeitig für alle anderen Tage immer safe, dass du alles dabei hast. Schulbücher bekommt ihr eh. Deswegen ist eigentlich nur noch die Frage, was soll ich denn noch zusätzlich dazu mitnehmen. Und da habe ich noch eine Liste gemacht. Wenn kein Handy erlaubt ist, ich würde allgemein empfehlen, nutze das Handy sowieso, vor allem in der Oberstufe, mehr auch für produktivere Zwecke. Es gibt super viele Apps, die mega sinnvoll sind, kann ich auch mal ein Video dazu machen. Aber wenn das Handy im Unterricht verboten ist, auch nicht nur zum Aufgabenaufschreiben, da könnt ihr schnell mal auch den Lehrer fragen. Ich durfte das dann oft bei vielen Lehrern, dass ich es am Ende der Stunde zum Hausaufgabenaufschreiben nutzen durfte. Wenn du das nicht hast, dann nimm entweder einen extra Notizblock oder auch ein Hausaufgabenheft, wo du eben Hausaufgaben reinschreiben kannst oder auch Termine für Schulprüfungen und Klausuren, damit du die einfach auf dem Zettel hast. Dann kann es auch sinnvoll sein, einfach zusätzlich mal noch einen Block mitzunehmen. Ich meine, es ist einfach oft so, dass du beispielsweise eine Skizze anfertigen musst, oder irgendwas, was eigentlich nicht zwangsläufig in deine Hefte soll. Weil bei den Heften ist es am sinnvollsten, wenn du da wirklich eine konkrete, sehr schöne, ordentliche Zusammenfassung hast vom ganzen Stoff. Und wenn du da jetzt über zwei Seiten irgendwas kritisch hießt oder irgendwas anderes skizzieren sollst, was vielleicht jetzt gar nicht richtig krass prüfungsrelevant ist, dann hast du einfach nur viel mehr Sachen, die du dann nachher, wenn du auf die Klausur lernen willst, die dich da nur wieder verlieren. Deswegen noch ein extra Block kann sinnvoll sein. Zusätzlich dazu auch für andere Zettel, die du so noch lose bekommst, da würde ich dir so eine Klarsichtfolie empfehlen. Ihr wisst schon, diese Dinger, wo man fast durchsehen kann, weil du da dann einfach die ganzen Texte und zusätzliche Blätter, die du bekommst, da einordnen kannst. Das ist super sinnvoll. Dann auf jeden Fall noch den Stundenplan ausdrucken und in den Ordner packen, dass du nicht beispielsweise aufs Handy schauen musst, um zu wissen, was deine nächste Stunde ist, sondern du hast es immer im Überblick, vor allem wenn du mal kalkulieren musst, okay, verdammt, ist beispielsweise die eine Hausaufgabe vergessen, wie kann ich, was, in welcher Stunde kann ich das noch machen oder so. Kennt ihr vielleicht auch, war bei mir auch der Fall. Genau, dann Wasserflasche unbedingt. Wasser trinken ist ganz, 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 ganz wichtig, damit ihr gut lernen könnt. Da am besten eine BPA-freie Flasche. Frag mich nicht genau, was es ist. Im Prinzip ist es einfach Elemente von Plastik, die deinen Hormonhaushalt auch in ganz geringen Mengen schon durcheinander bringen können. Deswegen BPA-freie Edelstahlflaschen. Mega sinnvoll, nutze ich selbst auch. Und dann noch Kopfhörer eventuell für die Pause, dass du da einfach ein bisschen abschalten kannst, dich aus Leeren fokussieren kannst, du vielleicht einfach Musik hören willst oder hörbücher und Podcasts, um dich so weiterzubilden. Das ist super sinnvoll. Genau, und das ist es auch schon. Das ist es auch schon. Das ist es schon. Ihr braucht ansonsten gar nichts. Nehmt das und ihr seid voll am Start. Überlegt euch vielleicht, okay, was ich möchte noch 1, 2, 3 Bonus-Sachen, die ich vielleicht persönlich bräuchte, also jetzt du in dem Fall. Das ist super sinnvoll und dann bist du set. Und dann kannst du durchschatten. Wenn ihr noch Bock auf einen Schulrucksack habt, dann, ich kann jetzt die Marke nicht zeigen, weil ich sonst als Werbevideo markieren muss, aber den hier, den hier, verlose ich gerade auf Instagram. Das heißt, wenn du auf Instagram vorbeischauen willst, leo-eckel, dann kannst du da mitmachen und den Rucksack gewinnen. Genau, da verdiene ich auch kein Geld. Ich werde ein IGTV im Video nochmal aufmachen, wie ich das mit den Kooperationen in Zukunft handhaben möchte, weil wir doch hier schon stärker wechseln und ich immer mehr Anfragen von Firmen bekommen. Ansonsten, nimm diese Schulsachen, starte durch, mit ganz viel Fokus. Ich glaube wie immer an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know what the fuck is a team nobody gonna work harder than me especially if it's my dream I can let none of these looks intervene no my city's blessings I can't even see praying that I get to breathe yeah I can let nie es